Besorgen Sie sich Aceton oder etwas Flussmittel, vielleicht noch einen Brennwerfer? Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TTT auf dem Mindsucht.net-Server. Ich habe mir gerade einen Supporter und Bilder in der Runde. Hier gibt es schon mal direkt eine Live-Beschwerde, weil so geht das nicht. Da wende ich mich nochmal an Rocco. Ich möchte, dass dies vermieden wird. Der Supporter, der uns helfen sollte, hat mich einfach rumgebracht. Was ist denn das für ein Supporter? Nein, bitte nicht. Bitte. Was machen? Was macht ihr hier? Ach komm, wir waren solche richtig schlechten Impostor. Aber warum hat er ihn auch einfach angegriffen? Ach nee, ich verstehe es nicht, warum er ihn einfach angegriffen hat und dann noch gestorben ist. Er hat ihn ja nicht mal gekillt. Ach nee. Ich wusste schon, dass das nicht gut ausgehen wird. Vor allem, weil ich ihn gerade schon in der Runde habe und nicht die besten Leistungen gezeigt hat. No front. Aber das war ja letzte Runde auffällig, das Fuck. Und die Runde davor noch mehr. Auch nee. Aber nee. Das wird ihm geschlagen, hätte vielleicht auch nicht so aufgefallen, wenn wir nicht die einzigsten Innos bzw. Trader hier wären. Aber... Tschüss. Achso, ich muss mal mein Mikro hier richten. Steht mir gar nicht direkt in der Frizzle. So... So... Die Traitorin. Rappe. Denn im Dorfrand herrscht Krieg. So, wen haben wir denn so hier? Da haben wir eine tote Leiche. Was sage ich? Tot Leiche waren leben Leichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Was war das denn? Okay, okay, okay. Ja, der war weich. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. So, Pisser. Bitte halten Sie anderthalb Meter Mindestabstand. Danke. Vielen Dank, der Herr. Hier ist kein Abstand im Haushalt. Daddy! Daddy! Oh nein. Irgendein verrückter Fan von YouTube. Mist. Nein. Lauft, Freunde. Lauft, Freunde. Obwohl nur ich laufe. Hilfe. Hilfe. Den müssen wir sofort umbringen, wenn ich Traitor bin. Egal, ob ich dann sterbe. Du, 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 das... Dafür mobb ich dich jetzt hier ganz runde. Du asoziales Kind. Stell dich einfach vor die Truhe. Das... Das... Der läuft schon so auf mich zu. Warum ich? Der Typ. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste jetzt, warum greifen die Leute mich denn an. Ach, komm schon. Also, ein bisschen... Du bist schuld. Was war das für den Arschloch? Kaufen Sie gerne meinen Erziehungscoach und ein Bonusfeature, wie man ätzende, fanslos wird. Besorgen Sie sich Aceton oder etwas Flussmittel, vielleicht noch einen Brennwerfer. Und dann können Sie sich gerne für meinen Kurs anmelden, schon ab 14,99 Euro am Tag erhältlich. Deswegen beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Sogar nur für 9,99 Euro, wenn Sie auf das Buch, das ist natürlich ein Buch, weil Bücher sind hochqualitativ, wenn Sie... Oh nein, oh nein, oh nein, lass mich raus, lass mich raus. Oh Gott, mein Schwert. Wenn Sie zwei Monate Lieferung abwarten können, dann gibt es das sogar noch für 4,5 Euro billiger. Guckt mal, ich bin kein Traitor, ist das nicht lustig? Nö. So, wen haben wir eine Leiche? So, wer war... Wer war denn das jetzt? Warst du das hier? Äh, na hör mal! Mindestabstand! Ah, ich werd gekillt, ich werd gekillt, ich werd gekillt, ich werd gekillt. Oha, geil. Nein. Hä? Er ist, er ist, oder? Ist er? Er ist! Ah, er war... Hä? Äh, achso, er war doch so ein Verräter, wusste ich doch, dass er es war. Das spürt man. Absolut! Gut, das hier ist nicht geachtet, er hat kein Voice-Jet, schade. Tschüss. Okay, der Kaiser ist. Dann bringen wir den mal um. Ah, hab ihn. Und tschüss. Oh man, der hat's auch, weil wir richtig auffällig gemacht. So muss das. Ein Traitor haben wir schon mal weniger. Und ein verirrten alten Mann auf dem Hügel. Das gibt eine Anzeige. Ja, guck mal, ich... Äh, jetzt reicht's mir. Na hör mal. Teddy braucht Schläge. Ich zeig dir gleich mal hier, wer Schläge braucht. Oh! Abstand! Corona-Hygienemaßnahmen. Ich würde aufpassen. Ey, von wo werde ich jetzt beschossen? Ey, das sind alles nur... Ja, sie ist alle, mit denen spiele ich nicht mehr. Tschüss. Mal Wichser, ey. Ey, was werde ich jetzt geschlagen? Der Typ da oben auf dem Dach hat doch geschossen, ja. Ihr seid doch so lost. War der das? Karmasüchtig? War das der Typ? Ich weiß es nicht. Ich glaub, der sei an... Ich bin ja wohl nicht sicher. Guck mal, ich komm auch zum Tester. Ist das nicht lustig? Moment mal. Der da oben. Komm mal runter. Ja, komm, da komm. Okay. Okay, dann ist... Nein, du bist böse. Oh, da oben ist unser Freund. Emmys Flower, das Haus Friedensbruch, wenn sie einfach zu den Turm betreten. F bei I, F, I, B, open up. Aua. Boah, das war ja richtig leicht. Also, Voice Chat macht mir Spaß. Aber das gerade eben mit Haus Friedensbruch, das unterstütze ich so nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.